Dass ich wieder bei euch sein kann, es ist immer erfrischend, einfach hier zu sein. Und ich habe euch natürlich etwas mitgebracht. Grüße aus Limburg. Wie viele das sind, ich habe letztes Mal gesagt, so eine Kiste von einem Meter auf einem Meter, aber jedenfalls sind diese Grüße raumfüllend. Also es ist genug und ich freue mich, wenn die Grüße eurer Herzen erreichen. Und ich hätte auch gerne etwas von euch. Also ich denke, hier ist keiner, der noch nicht mit Jesus verbunden ist, der noch nicht ein neues Leben bekommen hat. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich Zeugnisse, 100 Sekunden oder 120 Sekunden, Zeugnisse bekommen dürfte von dir aus deinem Leben. Das sind einige, die haben mir das schon gegeben. Ja, also hier ist jemand und hier jemand und wo, also es sind einige, die mir das schon gegeben haben. Und wenn du zu Jesu Ehren reinsprechen kannst, was dein Leben ohne Jesus war, wie Jesus dein Leben umgeschaltet hat, wie es dazu kam und was er neu gemacht hat in deinem Leben. Man braucht da nicht viel. Ich brauche nicht zu sagen, ich bin geboren in einer Bäckerei und habe drei Geschwister gehabt und was weiß ich, welche Schule ich besucht habe und welche Krönungen mir das Leben beschert hat, das brauchen wir alles gar nicht. Nur meine Kindheit ohne Gott, was sich umgeschaltet hat und was er neu gemacht hat. 100, 120 Sekunden, 150 Sekunden gehen auch noch. Aber mehr ist dann zu viel. Die Leute schalten dann gar nicht mehr ab. Also ich freue mich, dass ich hier auch ein paar Lieder auffangen durfte. Ich bin als Jünger Jesu ein Lernender. Und es gibt noch viele Lieder zu lernen und auch anderes zu lernen. Und ich danke euch, dass ich das durfte. Und ich habe auch einen kurzen Schlenker über die Gemeinde gemacht. Ich hoffe, dass es niemandem zum Anstoß ist. Ich würde gerne unserer Gemeinde, wenn wir so ein Leitungsteam haben, die sind ja nicht alle hier, ich bin der Einzige, der jetzt momentan hier ist. Meine Frau lässt grüßen. Sie hat gestern so einen kleinen Stich da im Bein gehabt und eine kleine Allergie. Aber das ist dann auch alles gut. Und ich würde jetzt gerne noch mal zum Beginn, dass wir noch mal uns erheben und Gott die Ehre geben zum Gebet. Wenn das geht. Herr Jesus, wir danken dir, dass du wunderbar bist. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Denn dein Name ist über alle Namen. Über Konfuzius, über Buddha, Siddhartha Gautama, wie sie alle heißen. Wir danken dir, dass du der Herr der Herren bist. Und dass du auch jetzt uns etwas aus deinem Wort gibst. Und dass jeder von dir etwas bekommt. Das, was du nur ihm im Herzen übersetzen kannst. Wo er das genau versteht, was du ihm sagen willst. Was kein Mensch sagen kann. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Also das Thema lautet durch Tun und Lassen zum Sieg. Durch Tun und Lassen zum Sieg. So, das ist die Kurzüberschrift. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Ich lese uns einen Text aus dem Alten Testament. Und der steht in 1. Könige 17. 1. Könige 17. Ich habe jetzt die Schlachter dabei. Sonst ist die Luther 84 etwas, was ich sehr gerne lese. Irgendwann komme ich mit der auch wieder. Und Elia, der diesbitte, von den Einwohnern Gileads sprach zu Ahab. So wahr, der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen. Es sei denn, dass ich es sage. Und das Wort des Herrn ging an ihn folgendermaßen. Geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken. Und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging und blieb am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und er trank aus dem Bach. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete. Denn es war kein Regen im Land. Da ging das Wort des Herrn an ihm folgendermaßen. Mache dich auf und gehe nach Zarpath, das bei Zidon liegt. Und bleibe dort, siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Wie wunderbar. Und er machte sich auf und ging nach Zarpath. Und als er an das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach, bring mir doch auch ein bisschen Brot mit. Sie sprach, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben. Total ausgemärgelt, ausgehungert. Vers 13, Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht. Geh hin und mache es, wie du gesagt hast. Doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen zum Essen und Trinken. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden. Bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Ich habe jetzt nicht mehr nachgeschaut, ich glaube, es waren über drei Jahre. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch mit ihrem Haus viele Tage. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger. Nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Ja, damit wollen wir mal einsteigen. Fürchte dich nicht. Es gibt Situationen, wir alle Menschen sind schwache Fäden. Wir sind nur ein Hauch. Ein Hauch kann uns umfegen. Aber wenn Gott zu mir und zu dir sagt, fürchte dich nicht, dann hat er einen Grund. Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 18, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum, deshalb, geht hin. Also Gott in Jesus Christus spricht zu mir, mir ist gegeben alle Gewalt, auch in deinem Leben. Glaubst du das? In meinen Schwierigkeiten. Die Frau, ich weiß nicht, wie gläubig sie war, weil sie hat gesagt, da bete du zu, nicht zu meinem Gott. Gott hat sie vorbereitet, zu geben, den Rest, den sie hatte, oder von dem Rest, den sie hatte. Und sie sagt, bete du zu deinem Gott. Also war ihr Gott gar nicht so nah, aber Gott hat diese Frau ausgesucht. Vorlaufende Gnade. Wenn Gott Menschen schon vorbereitet. Das ist gewaltig. Und was macht sie? Was, wenn ich, sie war in so großer Not, dass sie sagt, ich will das jetzt backen und ein bisschen Wasser dazu trinken, für meinen Sohn und mich. Sie müssen mehr als ausgemärgelt gewesen sein. Und dann werde ich sterben. Sterben. Es ist meine letzte Reserve von den letzten Reserven. Ich habe gar nichts mehr sonst. Und der Prophet sagt, mach Backe, aber gib mir zuerst. Was heißt das? Den Propheten zu geben, bedeutet dem zu geben, der hinter den Propheten steht. Wie Saulus die Christen verfolgt, sagt Jesus zu ihm, warum verfolgst du mich, indem du die verfolgst. Also Gott hat sich mit seinem Volk total verbunden. Alles, was mir geschieht, geschieht ihm. Er weiß das. Ganz genau. Fürchte dich nicht. Wir sollen uns nicht fürchten. Und die Frau, sie überwindet die Angst, zu sterben, die Todesangst. Ich gebe sie. Ich gebe ihm mein Letztes. Jetzt verkündige ich mit dem, Gott ist mein Herr. Auf Gedeih und Verderb, er ist mein Herr. Ihm gehöre ich mich. Gehöre ich ihm, habe ich mich geweiht. Und sie geht hin und macht es genau so. Es heißt im 1. Samuel 2, Vers 30, dass Gott sich an denen verherrlicht, die ihn verherrlichen. Und das geschieht genau hier. Er lässt das Öl im Krug nicht alle werden und das Mehl im Fass. Wenn das drei, dreieinhalb Jahre, ich glaube, da waren es dreieinhalb Jahre. Sie konnte schöpfen und schöpfen und schöpfen und schöpfen und schöpfen. Ein Tag, zehn Tage, 300 Tage, tausend Tage. Was für einen Gott dienen wir. Wie klein denken wir. Wie wunderbar er wirkt, wenn wir unser Vertrauen ganz auf ihn werfen. Werft euer Vertrauen nicht weg. Dass eine große Belohnung hat, Hebräer 10, Vers 35. Keine kleine. Eine große. Weil das, was wir hier im Kleinen sehen und tun und machen und uns scheinbar abmurksen und abmühen und abquälen. Wenn wir mal hineinschauen könnten in die unsichtbare Welt, was im Himmel entsteht. Wir würden hüpfen und springen wie die Mastkälber. Und freuen und jubeln, trotz aller Traurigkeit, trotz aller irdischen Traurigkeit und ihren irdischen Mangels. Also das Mehlfass wurde nicht leer und das Öl im Krug mangelte nicht nach dem Wort des Herrn, das er zu Elia gebracht hat. Natürlich gibt es auch immer Leute, die Schwärmer sind. Ich glaube in New York war das in einer schwarzen Gemeinde. Da haben die rumgetobt und haben gesagt, ja, Schlangen, so weiter steht. Ihr werdet auf Schlangen treten und sie werden euch nichts machen. Auf giftigen Schlangen natürlich. Und Halleluja und so weiter. Und die Leute sind, die haben Giftschlangen in den Gottesdienst mit reingenommen und wollten das also wirklich so demonstrieren. Die sind reihenweise mit Giftschlangen gebissen worden und die Polizei musste kommen und musste diese ganze Geschichte dicht machen. Nein, wenn der Herr es mir sagt. Elisabeth Seiler war in China um eine Kurve gegangen. Plötzlich hat sich eine riesige Schlange vor sie aufgebaut. Sie war doch ein Missionar und sie wollte das Evangelium bringen. Völlig unerwartet. Und sie konnte nur den Namen Jesu ausrufen. Das fiegt die Runde weg. Der Weg war frei und sie konnte weiterkehren. Der Name Jesu ist wunderbar. Er ist eine Kraft, er ist eine Burg, worin wir hineinfliehen dürfen. Aber das ist eigentlich gar nicht so, jetzt direkt mein Thema. Also erstens, erster Punkt. Du kannst nur einer Stimme folgen. Die Stimme hat bestimmt an der Witwe von Zaffars Herz angeklopft. Willst du dieses letzte Stück Brot wirklich geben? Bist du noch klar im Kopf? Willst du das wirklich machen? Und die andere Stimme sagt, fürchte dich nicht, keine Angst. Tu es im Glauben, weil Gott es durch den Propheten ganz klar gesagt hat. Denn Gott hat sich ja bei ihr schon vorher angekündigt. Diese zwei Stimmen. Selbstliebe? Bedürfnis? Ich muss essen. Was soll dieser? Dieser Esser, der mir jetzt mein Essen wegnimmt. Selbstliebe? Oder Selbstliebe? Verleugnung. Das ist ein, das ist eine Krätsche, ein Krätschkurs für unser Herz. Was verlangt Elia von der Witwe? Wie ist es da? Johannes? Nein, in Lukas 9, 23. Wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich, jeden Tag. Wahrscheinlich sogar mehrfach. Und folge nicht der Stimme seinem eigenen Herzen, sondern mir nach. Denn wer sein Leben retten will, die Frau war natürlich nah dran, ihr Leben zu retten, der wird es verlieren. Die Händler ist verloren. Und wer es an mich verliert, der wird es gewinnen und in Ewigkeit nicht mehr verlieren. Denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen könnte oder gewinne und sich selbst verliere oder einbüßte? Zurück zur Witwe. Was lässt sie? Ich, mir, mein, unser. Dazu sagt sie, nein. Was tut sie? Wir sind also bei dem Thema tun und lassen zum Siegen. Was tut sie? Zuerst Gottes Sache. Und es fließt und fließt und fließt. Keiner kann das verstehen. Es fließt und fließt. Also das hat eine tiefe, tiefe, nicht nur praktische, besonders geistliche Bedeutung. Ich habe keine Zeit, Bibelstunde, Gebet, Bibel lesen. Oh, die Person besuchen, dorthin gehen, den Sahan unterstützen, das noch machen, dort noch. Oh, ich spreche im Dreieck, Mann. Wie soll das gehen? Na, na, na. Wir sind immer wieder vor diese Frage gestellt. Die nicht mir? Oder du dienst gar nicht dem Sahan oder dem Gemeindeleiter oder egal, wer hier vorne steht. Du dienst auch nicht dem Propheten, der zu Jüge spricht. Du gibst dem die Ehre, der hinter dem Propheten steht, der die Gemeinde leitet. Die Gemeindeleitung ist nur eine Figur. Ist nur eine Figur. Wir sind ein geistlicher Tempel und wir stehen vor dem allmächtigen, lebendigen Gott. Was wir tun, tun wir ihm. Was wir nicht tun, tun wir ihm nicht. Das war nur ein kurzer Gedanke. Also, wenn wir lassen, was Gott sagt und tun, was Gott sagt, dann verherrlichen wir ihn. Der Segen des Mehls im Mehlfass und das Öl im Grub, die nicht aufhören. Der Segen Gottes, der spult und spult und spult. Ist einfach wunderbar. Kennst du das? Aber umgekehrt, die Falle ist, die Sache umzudrehen. Dinge zu tun, damit du bekommst. Da komme ich gleich noch dazu. Also, ein Grundprinzip in der Bibel. Selbstverleugnung tut, was Gott sagt. Nicht, was meine Seele mir sagt. Meine Seele ist ein Kanal für geistliche Einflüsse. Uff, wie soll ich das erzählen? Ich hatte, glaube ich, erzählt, wie ich vor 30, 40 Jahren mit Alkoholprobleme hatte. Habe ich das hier erzählt? Ja. Aber ich glaube, ich habe gesagt, ich habe nur die erste Hälfte erzählt. Ich hatte zwölf Jahre alleine gekämpft mit Alkohol. Ich bin 1975 zum Glauben gekommen. Dann konnte ich ohne Alkohol gar nicht einschlafen. Ich war im Studium. Ich habe sogar mit dem Thema meine Abschlussarbeit gemacht. Biosynthese von Gärungsamylalkohol. Und die Beurteilung der Toxikologie. Also, man kann viele, viele Dinge hier im Kopf reinhauen. Und ich habe zwölf Jahre lang diskutiert. Und eigentlich war die Sache ganz klar, ich habe so viel Kraft aufgewendet. Ich bin nicht süchtig. Ich habe das dann mit viel Gebet geschafft. Am nächsten Tag, übernächsten Tag und dann nur noch einmal in der Woche. Aber Alkohol zu trinken. Für diejenigen nur kurz zusammengefasst. Ich könnte das jetzt dramatisch, wie ich dann abends immer wieder nicht einschlafen konnte. Aber dann kam irgendwann ein Missionar in unseren Hauskreis in Limburg. Wir hatten damals einen Hauskreis 1985, also da war ich schon zwölf Jahre Christ. Und ich hatte damals, also ich habe dann einen zweiten Bildungsweg gemacht. Und nach dem ersten Studium als Ingenieur habe ich dann, habe ich dann noch Lehramt gemacht. Und war Religionslehrer. Und hatte dann montags morgens meine Klasse, wo ich dann Religionsunterricht. Und ich erinnere mich, ich habe Samstagsabends, wir hatten vier Kinder, ich habe meiner Frau geholfen, das Wohnzimmer zu putzen. Hände noch nass. Und also jedenfalls erinnere ich mich, dass ich mich montags morgens gefreut hatte. Es war ein Genuss, mich mit Bier am Samstagabend, nachdem ich alles geputzt hatte, zu, wie soll ich sagen, belohnen. Und diese Vorfreude auf die Belohnung mit Bier am Samstagabend, das hat niemand gesehen. Das wusste auch meine damalige Frau nicht. Die ist vor zwölf Jahren zu Jesus gegangen. Und es war eine Schweizerin, jetzt habe ich wieder eine Schweizerin, aber von der deutschen Schweiz. Und auch wieder eine Lehrerin. Die war aus der französischen Schweiz damals. Also jedenfalls, sie hat gar nichts gemerkt. Sie hat mich geliebt und das war auch gut so. Also ich habe alleine gekämpft und immer wieder argumentiert. Ein Liter Bier, zwei Flaschen. Macht doch jeder. Ist doch gar nichts. Okay? Ich habe mich aber immer wieder abgequält. Und die Freude, mich am Samstagabend mit Bier zu belohnen. Dann kam dieser Prediger, der in Papua-Neuguinea-Heimaturlaub. Ich sagte, Bruder Rost, ich habe den starken Verdacht, dass das etwas Komisches ist, dass ich mich freue, mich mit Bier am Samstagabend zu belohnen. Es sind ja nur zwei Flaschen. Gut. Ich habe gesagt, ich will das als Sünde bekämpfen. Ich habe gebetet. In dem Moment, wie er gebetet hatte, da ist eine Kruste wirklich weggerutscht. Ich bin am nächsten Montagmorgen wieder in die Schule. Sechs Stunden Religion. Ich gehe da hin. Keine Vorfreude mehr auf Alkohol. Keine Gier mehr, die in mir gekribbelt hat, die mich gezogen hat. Eine Lust, eine Gier, die mich zum Alkohol... Weg. Vollkommen weg. Freitag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ach, ich war so glücklich. Also, dann war mir klar, welche Last ich die ganze Zeit zwölf Jahre mit mir rumgetragen habe. Und habe Argumente geliefert, dass diese Kraft oder diese Macht mich gezogen halten konnte. Gut. Dann putze ich wieder Samstagnachmittag, so vier, fünf Uhr, putze ich wieder das Wohnzimmer, Küche. Alles schön sauber. Dann gerade fertig und setze mich in den Sessel rein. Ach, das tut gut, mir ist ja richtig schön raus. Dann kommt eine ganz klare, deutliche Stimme. Du bist doch frei. Dann habe ich geantwortet, in meinem Kopf laut. Ja. Wenn du frei bist, dann hast du doch auch die Freiheit, mal was zu trinken. Ich war, ich wüsste gar nicht, wie ich da jetzt einsortieren sollte und was das war. Es war irgendwie komisch. Und ich bin nun hin und her, frei, Freiheit. Ja. Und wie dieses Jahr über meine Lippen kam, ich habe meine Beine nicht mehr gekannt. Weil ich habe nebendran einen Italiener, der hat einen Keller voll Rotwein, 0,7 Liter. Wenn du mal was möchtest. Und dann, ich bin wie von der Terrankel gestochen. Ich bin dann, 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 dann raus. Und ich gucke rüber über den Zaun, über den Busch. Ja. Hallo Pascalino. Hallo Klaus. Du, du hast mir doch gesagt, du hast da Rotwein. Ich gebe dir 5 D-Mark. 1987 war D-Mark. Ein D-Mark-Stück. Ja, nee, 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 nee. So schnell war der draußen und drin. Ich hatte ja gerade geputzt. Meine Hände waren noch gut feucht. Ich gehe neben die Flasche. Ich war erstaunt, was für eine Kraft in mir war, reinzugehen, in die Küche, die Schublade aufzureißen, den Korken hier zu nehmen, reinzudippen. Und das ging alles so bruchteilen, sekundenschnell. Ich habe mich plötzlich gesehen, wie ich auf den Knien war. Und die zerbrochene Flasche und den Wein gerade geputzt, frisch, Alkohol desinfiziert und wie ich den Versuch mache, von dem noch übrigen Wein. Da habe ich... Moment mal, ich weiß gar nicht mehr was... Ich war so unglücklich. Ich war total unglücklich. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da habe ich mich gefragt, war das jetzt Sünde oder war das keine Sünde? War das richtig oder was falsch? War das gut oder war das schlecht? Ich war einfach unglücklich. Ja, Moment. Der Bruder Rost, der ist doch bei Stuttgart, hat er mir doch seine Telefonnummer gegeben. Ich rufe den nochmal an. Hallo. Sie haben doch letzten Sonntag mit mir gebetet. Erinnern Sie sich an mich? Ja, ja, doch, doch. Und dann habe ich ihm das erzählen, sagt er. Was? Er hat gar nicht mit mir diskutiert. Was? Wie ein Hund willst du den Wein vom Boden, versuchst du aufzudrinken? Bitte, bete nochmal mit mir. Er hat mit mir gebetet. Die Herrlichkeit Gottes hat mein Herz überflutet. Tiefer Frieden. Eine Freude, mit Jesus zu gehen. Das Alkoholproblem war für mich gelöst. Sage nie, Mensch, du darfst ja, du drinkst ja nur noch nicht mal ein Piefchen Alkohol. Es gibt Menschen, die haben da Probleme. Also wenn ich ganze Sachen mache, heißt es in Malachi 3, Vers 10 und 11, bring den ganzen Zehnten, mach ganze Sachen mit Jesus. Ich werde dir die Scheunen füllen. Ich werde den Himmel aufmachen. Ich werde mit Segen herabströmen. Ich werde dich mit Segen überschütten. Gott, der Geist Gottes durchwandert die ganze Welt, um sich mächtig zu erweisen an den, die ihm mit ungeteilten Herzen dienen. Das ist wirklich so. Das ist ein wunderbares Gesetz. Aber ich darf nicht die Motivation haben, ich will viel bekommen. Und deshalb mache ich das. Das ist eine faule, faule Sache. Also, zweitens, da kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, zu diesem Faulen. Das auf den Kopf gestellte Evangelium ist eine Falle. Ist die moderne, theologische Selbstliebe die Voraussetzung, Gott und den Nächsten lieben zu können? Das hat Mitte der 70er Jahre, ich weiß nicht, ob jemand Trobisch kennt, Trobisch hat, weil der Trobisch hat ein Buch geschrieben mit dem Thema Liebe dich selbst. Das kam mir damals schon komisch vor. Ich denke, Mensch, ich glaube, es ist ein evangelikaler Theologe. Ich denke, ich verstehe das nicht. Irgendwas kommt mir doch komisch vor. Ich habe das damals einfach noch nicht so ganz glasklar gesehen. Also, er hat Anleihen von einem Psychotherapeuten, der heißt Erich Fromm, ein Deutscher, der in Amerika Psychotherapie gelehrt hat, an der Uni. Und der hat Folgendes vom Stapel gelassen. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge oder im Ohr zergehen lassen, was er gesagt hat. Er hat gesagt, die heutige Kultur ist von einem Tabu verseucht, das Tabu, egoistisch zu sein. Und uns wird beigebracht, dass es Sünde ist, sich selbst zu lieben. Und eine Tugend, wenn wir andere lieben. Wie ist sein Gottesbild? Er sagt, Gott ist ein grausamer Diktator. Der hat den Kain dazu getrieben, den Abel zu ermorden. Merken wir, wie das Evangelium genau rumgetreten wird. Und die Seele des Menschen ist so empfänglich dafür. So empfänglich. Ja, du musst mich doch selbst lieben. Ja, ist doch klar, du sollst Gott dienen und deinen Nächsten wie dich selbst. Tropisch. Und der hat diese Leute alle reingezogen. Es gibt noch mehr. Auch die Leute, die so eine riesige Glaskuppel. Mit zehntausenden von Leuten, mit Mordsevents. Verstehst du, du musst die Sprache denn nicht Gott. Ja, Martin Luther und Calvin, die haben einen Fehler gemacht. Vielleicht habe ich das hier auch, glaube ich, rauskopiert. Wo habe ich das geschrieben? Also, die haben, ah ja, Robert Schuller. Der, in seinem Buch, Self-Esteem. Er hat eine neue Reformation ausgelöst. Aber leider keine positive. Bob Schuller zitiert, Gott möchte, dass wir alle gut über uns denken. Denn wiedergeboren zu werden, bedeutet, dass wir von einem negativen Welt über uns, uns selber, zu einem positiven verändert werden. Luther und Calvin, jetzt kommt das, haben sich in ihrer Theologie geirrt, indem sie Gott und nicht den Menschen zum Zentrum ihrer Theologie gemacht haben. Und Zehntausende liegen in ihren Superkathedralen ihnen vor den Füßen. Es ist ein auf den Kopf gestelltes Evangelium. Es sieht total schick, cool und smart. Weißt du, ein Gospel, dass du, du kannst dich da selbst verwirklichen. Wir holen da große Leute. Es ist nicht schlecht, wenn jemand ein Zeugnis gibt und so weiter. Dagegen bin ich gar nicht. Zeugnisse tun also gut auflockern. Ich liebe das Echte, das Praktische, das wirklich, das authentisch ist, ja. Aber Show verherrlicht nicht Gott den Menschen. Und da sieht man, die Theologie und die Praxis sind genau in einer Linie. Und wir leben voll, voll, voll von diesen Megaleuten, die mega Gelder machen. Von mir aus kann jemand 10 Millionen im Jahr verdienen. Das ist mir egal, das ist mir wurscht. Aber die Menschen und wie die Menschen damit verführt werden, darum geht es. Also ein Mann, John Piper hat in einem Zeitungsartikel mal geschrieben über das Wohlstandsevangelium, dass man in Afrika, Action, Erfolg, Wunder am laufenden Band, Filmreif auf Kommando. Und dieses Evangelium soll man nicht in Afrika, Asien oder in Ernst und der Armen bringen. Er sagt in diesem Zeitungsartikel, glaube dieser Botschaft, was die Leute gesagt bekommen, und deine Schweine werden nicht sterben und deine Frau wird keine Fehlgeburt bekommen und du wirst Ringe an deinen Fingern tragen und du wirst dich in deinen Mantel kleiden. Das kommt alles aus den USA, sagt er. Er sagt, unsere Nation, die ihr Geld und ihre Zeit und ihr Leben geben sollte, dreht anderen stattdessen eine Menge von Mist an und sie nennen es das Evangelium. Jesus stillt alle meine Bedürfnisse, weil du, Pastor, Reichtum, Vorbild, BMW, fährst nie, sagt er. Beispiel der Verherrlichung Gottes wäre, wenn du einen Unfall hast mit dem Auto, dein Kind fliegt durch die Frontscheibe, es ist tot und du verzweifelst an Gott nicht, aber du in diesem Jammer gehst du zu Gott und gibst ihm alle Ehren und sagst, du hast alles in der Hand, ich verstehe es nicht, aber ich weiß, dass du uns deinen Trost gibst und wir beten dich trotzdem an, das verherrlicht Gott. Und nicht ein Evangelium, das sagt, gib dein letztes, ähnlich wie bei der Widmung von Zabat, damit du mehr bekommst. Versteht ihr? Die Motivation, das Motiv, warum mache ich das? Ich mache es aus Gier, aus Geldgier, aus Selbstsucht. Ich gebe damit, ich kriege. Nein, ich gebe, dass Gott verherrlicht wird. Das ist der kleine Unterschied. Es sieht von außen fast genau gleich aus, aber es ist ein falsches Evangelium, es ist ein Geist, der fast die gleichen Worte gebraucht, aber er ist nicht von oben. Die Bibel sagt, der Mensch ist ein knallhartter Egoist. Durch den Sündenfall. Alle sind wir selbstsüchtig. Und viele Bibelübersetzungen, besonders moderne, haben das Wort Fleisch, das Leben im Fleisch, mit selbstsüchtigem Verhalten, dass der Mensch selbstsüchtig ist. Er will alles Raffen haben. Kleines Kind schon. Ein Dreivierteljahr oder Jahr. Eines der ersten Worte, Mama, Papa, und dann haben, haben, haben. Ist interessant. Und diese Theologen wollen uns weismachen, und Psychologen wollen uns weismachen, nein, nein, also der Mensch muss sich selbst verwirklichen. Das muss man ihm erst anerziehen. Nein, gar nicht. Gar nicht. Die Bibel sagt, der Mensch ist ein Egoist, weil er Gott verloren hat. Deshalb hat er die Herrlichkeit Gottes verloren. Und das ist übrigens der Grund, warum der Mensch hier innen drin eine innere Leere verspürt, die er, Blaise Pascal hat immer gesagt, die er durch nichts anderes fühlen kann, als durch Gottes Herrlichkeit, die uns in Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist entgegenkommt und wiederfühlen will, in ein gereinigtes Herz hinein. Weg von der Selbstsucht. Weg von dem Dreck. Weg von dem Ärger. Weg von der Schlechtlichkeit. Weg von der Empfindlichkeit. Weg von dem Stolz, der die Empfindlichkeit verursacht. Und so weiter. Also der Mensch ist tot in Sünden und Übertretungen. Epheser 2, Vers 1. Er ist unfähig, Gott zu suchen und Gutes zu tun. Römer 3. Er ist ein Feind Gottes. Er ist böse und verhasst und hassend. Titus 3. Und durch und durch Egoistisch. 2. Timotheus 3, Vers 2. Das lese ich uns mal vor. Um Vers 3 und 4. Die Menschen werden selbstsüchtig sein. Da steht wirklich das Wort Selbstsucht drin. Geldliebend. Prahlerisch. Hochmütig. Lästerer. Den Eltern ungehorsam. Undankbar. Unheilig. Lieblos. Unversöhnlich. Verleumder. Unenthaltsam. Also sie können sich nicht beherrschen. Unenthaltsam. Grausam. Das Gute nicht liebend. Vers 4. Verräter. Unbesonnen. Aufgeblasen. Und jetzt kommt was ganz Symptomatisches für unsere Zeit. Mehr das Vergnügen. Lieben als Gott. Punkt. Wir gehen einen Sprung zu Paulus und Silas ins Gefängnis von Philippi. Sie sind verdroschen worden. Verleumdet. Am liebsten würde ich gerne nur darüber sprechen. Das ist so gewaltig, was dort geschehen ist. Aber sie wurden, sie haben einer besessenen Frau den Geist ausgetrieben. Sie wurden verleumdet. Also auf einem Marktplatz von Philippi gezerrt. Also wurde schlecht über sie, wurden Dinge aus der Luft rausgeholt. Und ihnen, was ja heute auch in der Politik oft gerne gemacht wird, wer unbequem ist, der wird also kalt gemacht. Da werden Sachen so aufgeblasen. Und die anderen, die wirklich Dreck am Stecken haben, wird total verschwiegen. Also verleumdet, geschlagen, gefangen, gefoltert, gekettet. Im Gefängnis. Die Mauern waren vielleicht so hoch, dass man nicht drüber springen konnte. Du konntest also mithören, wie die anderen Gefangenen geflucht hatten. Sie waren wundgeschlagen, da hinten den Rücken. Ich möchte den Rücken nicht gesehen haben, wie der aufgeplatzt und wund war. Die Füße waren in den, wie sagt man denn, im Block. Das sind solche Holzklötze, sodass ein Fuß reinpasste und dann schön zugeschraubt. Und dann natürlich die Hände gekettet. Sie waren im Hochsicherheitstrakt, ganz in der Mitte von den Gefangenen. Was haben sie gemacht? Am Abend gegen Mitternacht haben sie sich selbst bedauert und haben sie gesagt, es tut ihnen so weh, heißt du? Frücken. Ich kann fast nicht auf dem Boden sitzen. Ist so schlecht. Ungerecht. Haben sie geschimpft über die anderen? Nein. Null. Was haben sie gemacht? Sie haben Gott gelobt und gepriesen, obwohl das in ihren, obwohl ihren Rücken umgeschmissen. Und was ist geschehen? Gott hat eingegriffen. Die Grundfesten des Gefängnisses haben sich bewegt. Die Ketten sind abgefallen von den Füßen und von den Händen. Das waren echte, bekehrte Menschen. Sie haben sich nicht mehr selbst gesucht. Und, ich weiß nicht, ob ich noch einen Moment habe. Und Gott hat eingegriffen. Gott greift ein, wenn wir ganze Sachen mit ihm machen. Wie er eingreift, weiß ich nicht. Er hätte auch ihr Leben wegnehmen können, wären sie sofort in die Ehrlichkeit gegangen. Aber er hat noch was mit ihnen vor. Und dann hat er ihr Leben natürlich unbedingt erhalten. Du stirbst erst dann, wenn du alles, was du tun solltest, wenn du es getan hast. Vorher stirbst du nicht. Gott hält seine Augen. Du bist der Augapfel Gottes, wenn du auf seiner Seite bist. Wenn du noch nicht auf seiner Seite bist, dann bist du der Augapfel von dem, der dich nach unten ziehen will. Der Liebling. Also, jetzt geschieht Folgendes. Der Gefängnisdirektor sitzt, der wacht auf und sieht, alle Türen sind aufgesprungen. Die sind offen. Für ihn war, es war ein intelligenter Mensch, für ihn war klar, die Türen offen, meine Gefangenen sind weg. Morgen werde ich Rechtschaft ablegen, die werden mich umbringen. Die werden mich umbringen. Das lässt aber mein Stolz nicht zu. So muss er gedacht haben. Er nimmt das Schwert, ich denke, mit dem Knauf nach unten. Und ich denke, er muss überlegt haben, wie mache ich das, dass ich da reinfalle, dass ich auch wirklich draufgehe. Paulus und Silas sehen das. Sie gucken ganz genau raus. Und jetzt haben sie mehrere Möglichkeiten. Das Erste ist, aus dem selbstsüchtigen Fleisch, die Genugtuung, Mensch, unsere Fesseln ziehen ja ab. Die Fußfesseln, dass die durch dieses Erdbeben oder was das auch immer war, dass die Fußfesseln ab waren, das kann man gut verstehen. Nachzulesen in Apostelgeschichte Kapitel 16. Ich habe jetzt nur nicht die Zeit, das zu lesen. Die Fußfesseln, dass die ausspringen, ist okay. Das kann man verstehen. Aber dass die Ketten von den Händen auch abspringen, das ist nicht normal. Und ihnen war klar, ihnen war vollkommen klar, der lebendige Gott, der allmächtige Gott hat bei uns eingegriffen. Der hat eingegriffen. Der wirkt. Jetzt kommt die, wie nennt man das, Rachvergeltung? Jetzt sehen Sie den armen Direktor, der sich ins Schwert reinschmeißen will. Naja, ich will ja nicht so direkt so sein. Und wenn ich ihn vielleicht nur leise warne, dann habe ich ja wenigstens meinem Gewissen ein bisschen genug getan. Also, tu dir nichts Böses an, wenn du. Geschieht ihm recht. Sie sehen das, was der machen will und sie schreien, stopp! Tu dir nichts Böses! Wir sind alle noch hier! Zittern, damit hat er gar nicht gerechnet, zittern kommt er rein mit der Lampe und eine Frage stellt er, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Hätten sie nichts gesagt, der hätte sich ins Schwert reingeworfen. Aber was jetzt geschieht, das ganze Haus, also er holt die raus in seine Wohnung rein, tut ihnen die Wunden ab und sie predigen ihm auch. Sie sind nicht mit ihren Wunden beschäftigt. Ich möchte die Wunden nicht haben, aber wie wunderbar, dass Gott ihnen die Kraft gegeben hat, über das Unrecht, das seelische und das körperliche Unrecht, einfach dran zu bleiben. Und siehe da, nicht nur der Gefängnisdirektor, alle Leute, die in seinem Haus wohnen, Bediener und so weiter, die kennen ja wahrscheinlich, das muss ein sehr ruppiger Mensch gewesen sein. Wenn ein Mensch sich bekehrt, du kriegst den Mund nicht mehr zu. So verändert, wie ist das wirklich? Von diesem Gott, da würde ich mich auch taufen lassen. Die ganze Familie, das ganze Haus hat sich in derselben Nacht bekehrt und sofort taufen lassen. Was wäre geschehen, wenn er sich, wenn die Selbstliebe ihn durch ein Gefühl des Verletztsein, der Rache, des Geheimen da innen drin, ach, geschieht ihm recht, jetzt kommt die gerechte Strafe Gottes über ihn. Mensch, des Geistes Kind seid ihr, hat Jesus einmal gesagt zu den Jüngern. Weil sie gesagt haben, die haben uns nicht den Raum gegeben. Denen du gesagt hast. Und sie haben gefragt, sollen wir beten, dass Feuer vom Himmel herunterfällt. Und die, die uns das nicht gegeben haben, verzehrt. Und genauso auch das Gleiche. Welches Geistes Kind bin ich, wenn ich selbstsüchtig bin? Wenn die selbstsüchtig gewesen wären, selbstbezogen, selbstverwirklicht, Rache, es wäre nur Schaden entstanden. Ich weiß nicht, wie es mit ihnen weitergegangen wäre, im Gefängnis, mit dem Gefängnisdirektor, der tot wäre, mit den Leuten in seinem Haus. Und wir sehen, wie Gott, weil sie, sie haben das letzte Stück Brot und Wasser im übertragenen Sinne, ausgeliefert an Gott. Sie haben die Schmach, die Wunden, das Elend, was sie erlebt haben. Sie haben Elend erlebt. Sie haben das nicht aufgewogen. Sie haben es einfach bei Gott gelassen. Verstehe ich es nicht. Wir verstehen manchmal Sachen nicht. Aber lass sie bei Gott. Und Gott hat ein ganzes Haus voll Heil gebracht. Ach, es wäre noch so vieles zu sagen. Aber jedenfalls, es ist so kostbar, wenn du die Bibel liest. Es gibt kein spannenderes Buch als die Bibel. Es ist wunderbar. Also, durch Tun und Lassen sind sie zum Sieg gekommen. Sie haben Rache gelassen und sie haben Versöhnung gepredigt. Noch einmal, sie haben die Rache, die Rache haben sie gelassen. Sie haben verzichtet auf Rache. Und sie wollten ein Segen sein. Sie haben Richtgeist gelassen. Mensch, was der da vorne wieder predigt. Dummes Zeugs. Lass es doch. Richte nicht. Du wirst auch da nicht gerichtet. Du holst dir nicht einen Geist des Richtens in dich rein und gibst ihn weiter. Durch. Was lassen sie? Eine selbstzentrierte Bemitleidung. Was tun sie? Sie retten den Gefängnisdirektor. Was lassen sie? Sie verzichten auf Rache. Sie machen also genau das Gegenteil. Retterliebe statt Selbstliebe. Retterliebe statt Selbstliebe. Die Frucht. Das ganze Haus kommt zum Glauben. Drittens. Mein letzter Punkt. Christus in uns führt durch das rechte Tun und Lassen zum Sieg. Galater 2, 19 bis 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Was ich aber lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich dahin gegeben hat. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Also sein Geist überwindet. Genau. Wenn du mit Sünde kämpfst. Und du die Lust zur Sünde nicht drangegeben hast, wie bei mir bei dem Alkohol. Oder es gab noch ein anderes, aber vielleicht lasse ich das jetzt, das wird zu viel. Nächstes Mal vielleicht. Also du wirst angegriffen, ohne Buße. Du kannst dich auch erleichtern, indem du sagst, du, ich muss das in Ordnung bringen. Das war nicht in Ordnung. Du kannst das ohne Reue, kannst du deine Sünden bekennen. Also die Gier zieht dich, du hast Niederlage, du trinkst wieder Alkohol oder vielleicht ist es bei jemandem schlecht reden oder vielleicht ist es, du hast ein Pornobild gesehen oder irgend sowas. Mann, wieder Niederlage, Gewissensnot, weil dein Gewissen, das quält dich. Du bekennst seine Sünden, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Sünde. Er ist der Johannes 1,9. Aber ohne Buße. Es tut dir gar nicht leid. Du willst das schlechte Gefühl weghaben. Aber du hast gar keine Reue. Göttliche Reue brauchen wir, dass mein Ich, eine U-Ich umstürzende Reue brauchen wir. Hat er mal ein Bruder vor 100 Jahren gesagt. Also, und wenn ich, wenn es mir leid tut, dann entsteht sowas wie Metanoia, das ist der griechische Begriff, Epistrevo oder Metanoia sind zwei Begriffe. Metanoia bedeutet Sinnesänderung. Die anderen, die Gedanken werden komplett rumgedreht. Du willst das nicht mehr. Deine Einstellung ändert sich. Und weil deine Einstellung sich ändert, kehrst du auch äußerlich um. Du entschuldigst dich. Du, es tut mir leid. Ich habe mich total geirrt, dass ich das vor anderen Leuten zu dir gesagt habe. Das war wirklich Müll. Das war schlecht. Da war das Böse. Kannst du mir bitte vergehen. Also, du kehrst um und jetzt, wenn ein Herrschaftswendel stattgefunden hat, 1. Petrus, du hast dich unter Gott gedehnt. Und der Wandel im Geist, weil jetzt der Geist Gottes bei dir ist, hast du eine Abscheu vor dem Unreinen, vor dem Bösen, vor dem Schlechten, vor der Faulheit, vor der Handysucht, vor irgendetwas anderem. Also, du hast die Abscheu, du bist befreit von der Macht des Alkohols, der dich immer wieder zieht, der dich dahin kitzelt. Du bist befreit von der Macht der Sünde, der Lust der Sünde. Und du kannst es überwinden, indem du das tust, was der Geist Gottes sagt. Gib dein letztes Stück Brot. Verzichte auf die Verurteilung von dem Gefängnisdirektor und den Leuten, die dich geschlagen haben. Gib das Letzte dran. Verzichte darauf. Verzichten und Opfern heute, in unserer heutigen Zeit. Tabu, ein Wort. Ein Unwort des Jahres könnten wir daraus machen. Opfern und Verzichten, Unwort, das geht doch gar nicht. Nein, nehmen, 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 nehmen. Ist doch bequem. Du brauchst nichts zu machen. Du brauchst doch nicht mal in die Gemeinde zu gehen. Du klickst dich dann irgendwo so durch, dann landest du irgendwo in einer Glaskathedrale und so. Du kriegst dann alles gesagt, wie da. Sieg in dir durch Jesus. Weil wenn Christus in dir ist, ist der Geist Jesu in dir, der die Sünde überwunden hat. Und der überwimmt dir, der gibt dir die Kraft. Aber du, ich muss auf Jesus eingehen. Dann hast du ein gutes Gewissen. Der Herr, der hat Sieg geschenkt. Der hat Gelingen geschenkt. Aber ich bin nicht so dankbar. Ich habe ein gutes Gewissen behalten. Ich habe die Drecks. Und ein anderer sagt, ich schaffe es nicht. Ich weiß von jemandem, der hat einen Hammer genommen, hat einen Computer reingeschlagen. Ich habe das Ding nicht im Griff. Besser ein Auge ausreißen oder Hand abhacken. Das ist natürlich symbolisch gemeint. Verstehe, du musst bis zum Letzten durchgehen. Dann kann der Herr sagen, wenn du mit mir im Letzten durchgehst, gehe ich mit dir bis zum Letzten durch. Wir werden gemeinsam zusammen den Sieg schaffen. Punkt. Er ist wunderbar. Ich habe ein gutes Gewissen. Ich diene Jesus. Ich diene nicht mehr meinem Ich. Meiner beleidigten Leberwurst. Der Herr ist mit voller Macht bei mir. Er gibt mir Vollmacht. Und der nächste Angriff kommt. Und du darfst stehen. Du darfst stehen. Egal, ob du Männlein oder Weiblein bist. Das ist wunderbar, mit Jesus zu gehen. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Ich glaube, ich mache dann doch vielleicht langsam zu. Ja, das hatte ich mir dann also jedenfalls. Fritz Binde hat vor 100 Jahren gesagt, die Selbstklugheit im Kopf, die Selbstgerechtigkeit im Herzen und das Selbstkönnen im Arm, das ist die Dreieinigkeit aller unbußfertigen, ungläubigen Leute, die nur gestürzt wird durch die Gottesmacht biblischer Buße. Also, das Bedürfnisloch kriegst du nie durch Selbstliebe gefüllt. So, ich glaube, jetzt haben wir noch eine Folie. Können wir die noch? Eva von Thiele-Winkler, die hat ihr ganzes Adelsvermögen dran ge... Oh, ist das nicht nochmal das Gleiche, ein Weißes? Ja, genau, genau. Das habe ich mir heute Morgen noch schnell zurecht gemacht. Dann kann ich das hier von hier auslegen. Lassen wir das einfach mal so in uns reinspulen. Also, worauf es ankommt. Selbstliebe oder Liebe, die dient und die gibt. Links, es kommt nicht darauf an, glücklich zu sein, sondern andere glücklich zu machen. Geliebt zu werden, sondern zu lieben und anderen zum Segen sein. Ist das meine Einstellung, ist das meine Herzenshaltung. Es kommt nicht darauf an, sich selbst durchzusetzen, sondern sich selbst zu verleugnen. Es kommt nicht darauf an, dass Gott unseren Willen tut, sondern dass wir seinen Willen tun. Es kommt nicht darauf an, ob wir lange leben, sondern dass unser Leben den rechten Inhalt hat. Es kommt nicht darauf an, was Menschen von uns denken und sagen, sondern was wir vor Gott sind. Es kommt nicht darauf an, was wir sind, sondern wie wir sind. Ob wir wie Jesus sind. Man nennt das Heiligung. Es kommt nicht darauf an, ob wir viel Erkenntnis haben, auch theologische Erkenntnis oder Bibelwissen, dass was gut ist. Aber es kann aufblähen. Sondern das Erkannte in die Tat umzusetzen. Es kommt nicht darauf an, dass wir dem Leiden entgehen, auf Teneriffa oder in Kanada oder in Alaska oder am Südpol, sondern dass Leiden seinen Zweck an uns erreicht. Es kommt nicht darauf, ja, und dann sagt sie, sei kindlich abhängig von Gott. Und kindlich unabhängig von Menschen. Königskind, du bist reich. Du hast den Schlüssel zu deines Vaters Schatzkammern. Und deine Schätze versiegen nie. Das Öl und das Mehl, die versiegen nicht. Du kannst schöpfen und schöpfen und schöpfen und schöpfen. Das ist das Rezept. Das ist ganz wunderbar. Aber da war ein Bruder, Jim Elliot. Der hat gesagt, Herr, zünde an den toten Reisighaufen meines Lebens. Gib, dass ich aufflamme und für dich verbrenne. Verzehre mein Leben. Herr, denn es ist dein, ich trachte nicht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten Leben gleich dir, Herr Jesus. Also jetzt würde ich gerne dann zum Schluss noch mit uns beten. Wir können, wenn ihr das noch schafft, noch mal aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dir alle Ehre geben dürfen. Und dass du ein Evangelium in Originalfassung hast. Und bewahre uns, dass wir das Falsche, dass wir dem falschen Evangelium auf den Leim gehen. Wir sind für kurze Zeit hier und wir bauen ein geistliches Haus. Wir sind geistliche Bausteine. Und schenke, dass wir dir verfügbar sind, hier in der Gemeinde. Und dass wir einfach nur eines wollen. Ich will zum Segen sein. Ich will dir dienen. Nicht der Gemeindeleitung, nicht dem Gebäude, nicht sonst irgendetwas. Wir wollen dir dienen. Wir wollen dich groß machen. Und du bist wunderbar, was du alles schon gemacht hast. Und dass du noch weiteres tun kannst. Durch jeden von uns, auch durch mich. Amen. Amen.